Hi Leute und willkommen bei Woodturning FBZ. Heute mit was anderem mal. Ich habe die Zirmschalen vor ungefähr zwei Jahren gemacht. Man sieht, sie ist ganz nicht hergenommen worden und die ist aber irgendwann runtergefallen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das da richten, weil es ist schon mal geklebt worden, aber mit nicht einem richtigen Kleber. Und schauen wir mal, ob die wieder ganz wird. Falls euch das interessiert, einfach drüber bleiben, los geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir schon wieder am Ende vom Video gekommen. Hier haben wir von der kleinen Reparatur. Wir kommen für die Scheune ist jetzt schöner als wir davor. Also hat es sich ausgezahlt. Falls es euch gefallen hat, lasst euch einen Daumen nach oben da und sie sehen wir uns beim nächsten Mal bei Woodturning FBZ.